Liebe Damen und Herren, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zu unserem speziellen Papin-Abend, wohl etwas eleganter ausgedrückt, Les Regions-Barbards. Heute erwarten Sie endlich alle Archive aus. Nun zum praktischen Aspekt. Auf Position 1. Christine Papin, du sucht aus und schneidet. Auf Position 2. Leer, Papa, ich nutze die Klappe. Auf Position 3, das Klavier, worauf alles getestet wird. Und auf Position 4, die Verpackungsstelle. Um Ihr Gehör bestmöglich zu schärfen, teilen wir Ihnen jetzt ein paar Kassettenrekorde aus, inklusive Kabel, sodass Sie anschließend in aller Ruhe nach der Vorstellung an den Bar die fetzig gestellten Kassetten anhören können. Zu Ihrem Komfort. Ist alles okay? Gut, dann fange ich dir an. Gut, dann fange ich dir an. Dr. Alex JohnOWAS kann ich dir an. Gut, dann nur nochausch. Und Schülter'll beendet. Du auch malen Wurz. Totanlich wird. Erster Auszug des Polizeiberichts, 2. März 1930. Die Schwestern haben nie mit irgendeinem Nachbarn oder ihren Hausangestellten gesprochen. Achtung, erste Position, Präparation der Arme, 1 und 2 und tief und hoch. Anscheinend sind beide Frauen noch nicht da und da die zwei Dienstmädchen nämlich arbeiten, würden sie nichts. Trotzdem beberuhigen sie sich immer mehr. Christin, ihr folgert Frau Losslein über den Wackelkontakt, den das Bügeleinung verursacht hat. Es folgte ein Streit. Christin befindet ihrer Schwester, der Frau Losslein ein Auge auszuheissen. 10. Christin reisst ihrerseits dem Fräulein ein Auge heraus, wenn Lea der Frau ihr zweites heraussticht. Die Opfer schreien, Christin könnte dienen, Amen. Auszug des Polizeiberichts. Die Leiche von Frau Losslein liegt dagegen auf dem Rücken. Mund, Zähne und Augen sind teils entstellt und herausgerissen. B. Die Mauren sind voll Blut bis 2,20 Meter. C. Auf dem Boden liegen Knochenfragmente, Zähne, eine Handtasche, die Mordwaffen und vier Augen. D. Die Mordwaffen. Ein großes Fleischmesser, ein Hammer und ein Regenschirmhalter. E. Fazit des Polizeibeamten Schumme. Eigentlich ist es das gleiche, wenn meine Frau Kaninchen vorbereitet. Mein Schatz、riss, verl, so Mann. Mein Schatz, riss, v? Mein Schatz, riss, kein Schatz. Mein Schatz, riss, so Mann. Ja? Wann haben Sie zuletzt gebeichtet? Gibt es Vollkommnisse von hysterischen Anfällen in Ihrer Familie? Oder ist Ihnen eine Erdkrankheit bekannt, die Sie betreffen könnte? Habe ich gefassen an ihr Gesicht und ausgereissen seine Augen mit meinen Fingern. Währenddem meine Schwester Lea hat zerfallen über Manusel Ansela und hat ausgereissen seine Augen auch. Und wir haben das gemacht, wir haben in die Küche für einen Hammer und ein Messer gefunden. Mit diesen zweiten Instrumenten, wir haben wild losgehen auf zweiten Hausfrauen. Wir haben geschlagen die Kopf mit Schnittmesser und wir haben ausgetauscht schon mehrmals Instrumente. Ich habe auf meine Schwester der Schnittmesser gegeben und verschlagen. 4.55 Uhr. Die Patientin ist wieder ans Bett angewunden. Ich glaube, dass ich war in meinem früheren Leben, der Ehemann für meine Schwester. 4.55 Uhr. Si les brunes et les blondes vibraient en même temps, ça ferait beaucoup de bruit. Sous-titrage ST' 501 Nach dem Drama begann die Spurensuche der Polizei in der Mansarde der Hausangestellten, um dort Indizien oder Erklärungen zur Tat zu finden. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501